recht herzlich willkommen zur vierzehnten folge von stellar ist jetzt mal diesen planeten ihren beobachtungsposten angestoßen dass er da gebaut wird was haben wir hier einem planeten fehlt irgendwas ja ein ding jetzt hier eine bewohner der das bewirtschaften kann wahrscheinlich nach wenn ich die nahrung wegnehmen dann ging das glaube nicht das hat man letztes mal schon ausprobiert na ja dann müssen wir halt noch wachsen könnte jetzt diese wegnehmen wollen machen wir mal ein verfolgsungslabor okay machen wir das so damals plus 40 da bin dann der nächste kommt er geht dann ein das passt dann schon weiter laufen lassen müssen wir noch ich glaube ich habe noch was vergessen und das ist unser netter freund der berater der kann erst mal ruhig bleiben so fortfahren genau also da fliegt jetzt unser konstruktionsschiff in na genau das macht es wunderbar hier gerade reingeschaut okay das ist bald hier oben fertig und aufgaben da ist das dann einer das ist der beobachtungsposten okay erkundung nach bewundern planeten da geht es noch nicht voran okay ja guck mal eine galaxie karte rein sind wir schon in dem system unterwegs gewesen sieht irgendwie noch nicht so aus oder oder hier war nichts los das kann auch sein ich glaube das ist schon erforscht oder klasse m stern steht da hatte man da muss ich gucken ja ist schon erforscht da oben haben wir jetzt unseren bereich erweitert da war diese fremde welt hier haben wir schon alles gemacht ne das ist er hier oder bergbaustation genau das haben wir hier haben wir jetzt alles gebaut da ist ein forschungsschiff was da so rumsteht dann würde ich mal sagen fliegen die mal dahin oder liegt im raumbereich von uns warum ist hier eine pause jetzt gerade drinnen so erkunden system erkunden so machen was gut die sind beschäftigt wie war denn dann noch so eine aufgabe 1 und 4 1 von 8 den beobachtungsposten bauen war schon die artefakte sind noch nicht alle erledigt wo kommt das an oder so gut dauert noch jeder posten wie weit ist das ist das schon überhaupt das schiff das müssen die bauen da ist es gerade gekommen alles klar wie sieht das auf dem planeten aus 30 prozent mehr auch nichts sitzt das ist es 0 prozent da können wir auch noch was bauen 0 prozent der mond davon auch 0 prozent haben wir da noch einen auch 0 prozent und der mond dazu hat auch 0 prozent also hier können wir nichts bauen ja hier da geht natürlich was diese vier müssen wir nur das konstruktionsschiff das machen lassen aber erstmal machen die beobachtungsposten planeten haben wir drei gehen wir mal dahin weil da ist unsere sache schon werft hier habe ich das jetzt hier hingeschickt nein oder ach so das ist hier ich bin im falschen bin davon ausgegangen dass ich nach hier unten gesprungen bin aber bin ich gar nicht hier wollte ich hin und dann in unsere raum werft das ist die forschungsschiff konsum kolonieschiff wohl ich glaube kolonieschiff er lass es bauen ist halb so wild und konstruktionsschiff vielleicht ist das auch noch ganz interessant bauen das ist unser konstruktionsschiff das können jetzt wo war denn das hier werkbaustation bauen dann ist das auch wieder beschäftigt eine wahl gibt es da ok unterstütze ich wieder kurz der baut das das ist prima kann weg geht nicht weg geht nicht weg ok schön das war eine aufgabe na wo ist das jetzt das ist klar das war mehr das war das das andere ist dann erledigt oder was die aufgabe auch was war das auch was auch das hört sich irgendwie gerade nicht so gut an verfügbar wie geht das naja was geht hier Ah, naja, ich schaff's, Mandat. Okay. Okay. Mandat unerfüllt. Das ist Forschungsschiff. Ach, das pflicht hier durch das System durch, ist klar. Jetzt geht das auch weg. Hier dauert's nicht langer, dann ist das gleich erledigt. Achso, das ist jetzt hier die Bergbaustation gerade eben fertig geworden. Okay, das ist auch gleich durch. Ja, das haben wir. Gut. Äh... Was machen wir jetzt, das ist die Frage, ne? Das ist die Station. Ein bisschen näher ran mal, damit wir das hier mit dem Schiff hinkriegen. Achso, er forscht hier gerade. Das schick mal woanders hin. Nochmal hier hin bewegen. Konstruktionsschiff. Aber warum forscht das hier? Hier musst du es doch gar nicht forschen, oder? Das ist doch schon alles erforscht, ne? Ja. Da haben wir wahrscheinlich irgendwie wieder was falsch gemacht. Oh, der ist gleich gestorben. Okay. Auf us. Okay. Wahl. Okay, die läuft dann. Das ist klar. Ich glaube, die hatten wir, ne? Oder? Aber ist auch egal, wen wir da wählen. Glaube ich. Was ist das? Physik, Forschung. Okay, da müssen wir was nachlegen. Forschungsgeschwindigkeit plus 5. Speicherkapazit, Energiecredits plus 1000. Blauer Laser ist da gebaut. Neue Komponente. Wächterpunktverteidigung. Blauer Laser. Netzüberlastung und Energie. Hab eins. Neues Gebäude. Forschungsgeschwindigkeit. Okay. So, das ist schon angefangen in dem Sinne. Oder was? Mit 56.648. Ich mach das. Damit es schneller geht, ne? Die Dame ist gewählt worden. Okay. Das System ist jetzt erkundet. Das. Okay. Da geht auch nix. Das kann weg. Das ist das Forschungsschiff. Okay. Dann lass uns mal den holen. und Bergbrauchstation bauen. Ah ja. Das war jetzt der. Dann ist es der. Bringt auch nix. Da war so ein großer. Das ist auch nichts. Dann schwebt da der noch rum. Der kann auch nicht. Hier. Kargewelt. Das ist ne gefrorene Welt. Das hatten wir schon, ne? Und das war der kleine. Haben wir alle hier drin in dem System. Da ist ein Konstruktionsschiff. Das fliegt schon dahin. Alles klar. Und dann würde ich sagen... System da erkunden. Wir haben eine negative Bilanz. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Aber das Gucken, was das ergibt mit unserem System, beziehungsweise unserer Bilanz, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.